Elisabeth Claude Jacket de la Guerre war eine französische Komponistin und Cembalistin. Leben und Schaffen Als Tochter des Organisten Claude Jacket war Elisabeth Claude Jacket schon im Kindesalter als Konzert-Cembalistin populär. Im Alter von fünf Jahren spielte sie vor König Ludwig XIV. und wurde von dessen Maitresse Madame de Mont-Espan in Obhut genommen. Der König unterstützte sie finanziell und ließ später ihre kompositorischen Werke zur Aufführung bringen. Ihre Erfolge sind im Mercure-Galland zu verfolgen. Der Weimarer Musikschriftsteller und Komponist Johann Gottfried Walter brachte 1732 sein musikalisches Lexikon heraus, indem er daraus vom »Wunder unseres Jahrhunderts« zitiert. Jack hier ein kleines und lediges französisches Frauenzimmer ums Jahr 1678 so das Klavessen traktiert wird im Mercure-Galland AC. Im December im Monat 80. 1684 heiratete sie den Organisten Marine de la Guerre. Die Französin Elisabeth Claude Jacket de la Guerre gehört zusammen mit den Italienerinnen Francesca Caccini, Barbara Strotzi und Isabella Leonada zu den heute als etabliert zu bezeichnenden Komponistinnen des Barock. Sie war die erste Komponistin Frankreichs, die eine Oper komponierte, die an der Opera Paris aufgeführt wurde. Es handelt sich um »Cephale Eprochris«, eine trage die Lyrik mit Prolog und fünf Akten, deren Libretto von Joseph-François Dure de Venci stammte. Werk Geistliche und weltliche Kantaten Kantate Les Sommel-Dulisse Cephale Eprochris Opa Les Jeux à Longneur de la Victoire Ballet verschollen Divertisme Pour les Maria GDML LED Nantes Weck Liddy UCD Bourbon Ballet Cembalo Suiten Sonaten für Violine und Cembalo Triosonaten Belege und Anmerkungen Claudia Schweitzer Elisabeth Claude Jacques de la Guerre In Mugi Musik und Gender im Internet James R. Brisco New Historical Anthology of Music by Women Indiana University Press Bloomington Indianapolis 2004 48 bis 79 448 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 bis 79 Vielen Dank.